Es ist sehr großzügig, dass du es auf ein veganes Restaurant eingeladen hast. Äh, ja. Also, ich finde, du hast echt ein gutes, schickes Lokal ausgesucht. Ach, Schatz, jetzt leg kurz das Handy weg. Gruu! Jetzt hör mal zu! Eduard, trink das! Und? Viel besser, Dorothea. Ah, ich werd kurz Handy auf, Facebook ist Apple, 18. Entschuldigung. Was würdest du dir von einem Mann wünschen? Trink Truif und der Rest ist vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und? Untertitelung des ZDF für funk, 2017